Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Herr Fierobo und es regnet, ja, heißt wir können heute Mine machen, dass wir hier, nein, solltet ihr heute Pepper nicht essen, danke für das Angebot, aber nein, ist der hier ready? Ja, der ist ready, Superfoods, okay, könnte Superfood machen, frage ich mich gerade, oh, wir haben sogar einen, ui, äh, Xim, äh, Juicyfood hat, äh, hat's, äh, okay, behalten wir den einfach mal, würdest du sagen? So, äh, wir gehen mal zu unseren Hühnern erstmal, genau, ähm, nee, 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 nicht rausgehen, bitte nicht, nein, 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 nicht, so, Bersi, ne, gut, so, äh, gut, die eine Chili verkaufen auf jeden Fall, das verkaufen eh wieder alle, so, zack und zack, können wir mal extra ein bisschen mehr Money, nice, so, wir könnten der Abigail immer noch ein Geschenk machen, wenn wir mal endlich, dazu kommen würden, eine Amethyst zu finden, aber viel wichtiger ist noch, dass ich jetzt, ich brauch 350 Holz, die hab ich hier auf jeden Fall, und Stein brauch ich, 150, gut, und 6000 Geld, wir haben ja, so, dann gucken wir eben hier, ob er noch was ist, dann machen wir heute wieder einen kleinen Rundlauf, zum Strand geh ich denn heute, glaub ich, nicht, nee, zum Strand geh ich denn heute nicht, obwohl doch, jetzt hab ich ja eh noch Zeit, bestimmt, da können wir jetzt zum Strand gehen, bis die Läden aufmachen, das dauert ja noch, und es blitzt der Unternot schon wieder, immer diese Stöhne, so, dann haben wir schon mal eine Muschel, eine ganze Muschel von uns, nice, so, haben wir hier, eine Koralle haben wir hier, das ist wieder der Typ, kannst du jetzt mit uns reden, ne, der will uns immer noch nichts geben, schade eigentlich, ja, so, ich wollte ganz sagen, ich hab da hier gerade noch eine Musche gehabt, den nehmen wir dann mit, aber sonst ist ja auch wieder nichts, schade, hä, okay, wir haben, Bodenplatten aufgehoben, nice, ich weiß ja nicht warum, und wofür und so, aber wir haben sie aufgenommen, nice, äh, ja gut, so, hallo du, so, dann mach ich jetzt mal, den hier, das ist neues, oder, ja, Gold, die, okay, 10 Kohle, nice, ist auch ganz gut, da wir jetzt weniger Kohle haben, und Clay, oder, Clay, ne, Monster, okay, und dann den, wow, das ist aber Clay, das hat sich ja richtig gelohnt, echt, schade, aber gut, wir können dann eben hier reingehen, schauen wir, ob wir noch was spenden können, ne, können wir anscheinend nicht, gut, schön, dass die sich unterstellt, das finde ich auch cool, so, dann gehen wir mal ein Zeräbige, quatschen die mal von der Seite an, sagen, ey, alle, mit zu ficken, und sie hat dann natürlich, oh ja, geiler, ne, natürlich machen wir es nicht, wir sind ja ein anständiger Boy, und wir finden einfach nie was, oh, neuer Auftrag, macht er neuen Auftrag, einfach mitnehmen, also was will er denn, so, Fishing, Oktopus haben wir nicht, äh, Kopperohr-Collect, okay, na, wir sollen Klinz 20 Kopperohr bringen, das können wir machen, das können wir sogar tatsächlich machen, so, dir, können wir hier irgendwas zu sein verkaufen, nein, natürlich nicht, ist Abigail denn hier, da oben ist Abigail, Abigail, ich frag mich mal noch, was das hier für ein Schrein ist, hallo liebst Abigail, äh, Hauptamt geht's, Thomas Sommer, sie hofft, dass sie keinen, äh, Tong, also, keine Hautpräunde bekommt, diesen Sommer, okay, könnte man mal denken, oh nein, sie geht raus, oh nein, schlimm, so, wir sollen, okay, gehen wir erstmal hoch, gehen wir, geben wir unser, äh, Kuh-Dingsum zu meinem Auftrag, wir wollen ja noch, äh, ein Schrein bauen, wird sich das auch scheine für Tiere, ich weiß es nicht, ich hoffe doch mal, ich will hier keine Falschinformationen raushalten, so, hier wollte ich auch nochmal reingehen, so, ich sehe schon, das wird nichts mehr, mit, äh, so, Fisch, okay, kann ich hier umjungen, ist alles nur Fisch, oder, ist alles nur Fischi, Fisch, hier haben sie nichts, ich weiß nicht, ob da noch was in dem alten Tresor drin ist, wo kommt die Musik, ja, so, so, jetzt haben wir hier, Bundle, ah, okay, das hätten wir mal machen können, glaube ich, noch letzten Sommer, so, ein paar, ein Kürbis haben wir noch nicht, aber das müssen auch noch Gold alles werden, und fünf Stück, ach du Scheiße, sind ja richtig gierig, also, hier müssen wir noch sechs Stück von denen, können allen hier sammeln, Jelly, okay, das könnten wir, Cherry, hm, müssen wir schauen, wer es hinkriegen, okay, Tierprodukte, Tomate, Pepper, das könnten wir sogar, haben wir das nicht sogar schon, das könnten wir sogar machen, das, das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht schon, die haben wir aber auch schon, okay, wir könnten, glaube ich, eins könnten wir noch mal machen, hier war aber auch noch eins, das haben wir sogar schon gekriegt, ach, wir kriegen da sogar was hier, Spring Seeds, nice, danke für die Info, hä, was ist das denn, ach, das sind Wintersachen, okay, Summer, die könnten wir auch noch, Tomlin sogar, die haben wir leider noch nicht, okay, wir könnten zwei Sachen, glaube ich, machen, Exotic, fünf Stück von Demons bringen, ich frage mich, wo wir das Map jetzt, die Europäer kriegen, sowohl, okay, es ist Herbst, und das ist dann, Holz, Holz, Stein, das haben wir dann schon reingetan, okay, warte, warte, wo war das, Summer, hier, kann man schon mal den machen, hoho, interessant, was haben wir alles gemacht müssen, wir haben immer noch nicht die Hose von dem Typen gefunden, ne, fällt mir so by the way ein, ey, wo hat er die denn hingetan, oh, es regnet, äh, es stürmt, ist nicht, die ist wieder zu, die Hose hat heute natürlich zu, war ja klar, Mann, 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 das beste Witz, einfach nur einmal hier, halt haben, und dann, schupp, zu, alles klar, danke, ciao, so, das auch schon wieder, warte, ich hab da einen Weg gefunden, hier, jetzt kann ich jetzt einfach den Weg da an, so, finde ich ziemlich assozial, dass die Wege einfach kaputt gehen, ist nicht nett, so, wir tun das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das und das, nein, das soll ich da rein tun, wollte ich einfach nur nach hier unten schieben, dann weiß ich, dass ich glaube, springen, wir haben, wir haben Summer, ja, nicht springen mehr, also kann das auch da rein, so, die können wir einmal gebrauchen, dann machen wir die einmal komplett, äh, bap, 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 so, dann machen wir so eine hier, und Mayonnaise haben wir noch hier, nice, so, verkaufen wir den hier, Mayo, und den hier, so, gehen wir jetzt nochmal zurück zum Haus, okay, heute war es das halt heute mit dem, äh, ja, wie heißt es jetzt mit der Mine wieder mal, hihihihih, ups, ja, morgen, ich würde das jetzt auch gerne, hier mit dem, äh, Community Center, weil wir kriegen wieder Sachen geschenkt, vielleicht können wir noch was Cooles, dass wir dann anbauen können, wie zum Beispiel der Reis zusammen, aber das ist ja auch zumindest eine Fehlarbeit, glaube ich, äh, so, ich glaube, das eine war hier, ja, wir gucken einfach mal hier alles durch, so, wir gehen, Exotica, die Exotica haben wir noch nicht, hier war es, glaube ich, so, und dann, die Päre hier noch, zack, Bundle complete, wir kriegen auch wieder ein Geschenk, Summer Seeds, nice, und die tragen jetzt wieder das Geschenk weg, ach ne, es eröffnen sich nun neue Bundles, Tatsache, es eröffnet sich einfach ein neues Bundle, äh, warte, wo haben wir denn die, dann war das hier oben, mit den Früchten, ah, das ist gerade weggebracht, ich habe nicht drauf geachtet, spring crops, ich habe nicht drauf geachtet, Summer, 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 so, hier, zack, 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 Bunnel complete, ein Geschenk, ein Sprinkler, Quality Sprinkler, nice, und guck mal, der bringt das Geschenk weg, und wir kriegen anscheinend noch eine neue Tafel, erscheint, okay, alter, ich will, ich will, ich will, ich will, geben die uns denn alles für Aufgaben, hier, ihr kleinen Fratze, kann ich das Feuer anzünden, hab's nicht immer einen Stern, okay, das war das Fischding, was haben wir hier, Chef Bunnel, okay, ach, jetzt soll ich hier noch kochen, okay, alles klar, ach du Kacke, das kriegen wir eigentlich hin, so, was haben wir denn hier für ein Ding bekommen noch, ich hab mich schon vor allem, was bringt mir das alles, was haben wir denn hier, Blacksmith, Copper, oh, okay, so, hier, ein Quarz, ein Earth, das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht, Slimes, Batwings, Felicence, ich weiß, das sind's, okay, damit kann man schon mal dienen, glaub ich, krass, ach, ich hab das Hardwood vergessen, äh, ich stepp, da, hab ich das Hardwood mitgenommen, ich hab das Hardwood nicht mitgenommen, ich hab einen Sprengkler bekommen, nice, die können wir dann direkt für den, äh, Wind, für den Herbst verwenden, beziehungsweise, wir können dann direkt mal was spawnen in der Richtung, what the, steppen wir dem anderen Sprengkler dran, äh, ich springe, ich springe, ich springe, ich springe da, ich überleg gerade, das ist genau, ich muss mal das Bambaligen, ich muss mal das angucken, wie viel der jetzt macht, acht, ich geh da doch davon aus, der macht einfach außenrum, das sind ja acht Stück, deswegen weiß ich nicht genau, wie das, wie das genau gerichtet wird, so, Hardwood, jetzt ein Stück, so, tun wir die noch hier rein, ach, ich nehme einfach Hardwood komplett nicht, dass ich mich für mich verguckt hatte, so, jetzt darf ich die ganze Zeit hin und her, nur für die Viecher, auch gut, ich muss da zum Community Center steppen, ich hätte fast dran vorbeigelaufen, ich wollte auch zum Miene laufen, so, Hardwood war glaube ich da hinten, wieder hier unten drin, ne, vielleicht machen wir dann das nächste Ding, und hier war der noch, und zehn Stück, zack, Wandel komplett, das Klingel als Geschenk, turn pieces of wood into one piece, oh, okay, und da bringt er wieder das Geschenk weg, und es erscheint was Neues, darum jetzt morgen, blub blub blub, alles klar, vier Insten wegfaut, ach gut, wie viel jetzt hier rumhüpft, ne, krass, was soll denn hier, äh, wir sollen ihm Geld geben, really, euer fucking Ernst, 25, warte fuck, warum sollen wir denen so viel Geld geben, warum, wofür, alter Schwede, soll man es machen, boah, verheben, ach, Bus Repair, können wir dann in eine andere Stadt reisen, vielleicht, machen wir das mal, kommen wir hoch und das mal, zack, kriegen dafür was, ich dachte gerade, das werden Hunde offen, gut, hier passiert aber mal nix, deswegen auch dein Resort, weißt du, hehehe, not haben wir jetzt, für 2.500, Schock, drei Schocknickkuchen bekommen, nice, überhaupt nicht teuer oder so, ich muss mal gucken, was ich noch alles aufgehoben habe, ob wir da irgendwie was von brauchen können, das machen wir jetzt nicht jetzt, dann machen wir jetzt in den nächsten Tage oder so, wenn überhaupt, ein paar Junge, 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 was haben wir jetzt alles bekommen, so, den Paul streckt auch mal hier irgendwo hin, so, wir können den auf jeden stellen, zu der Kiste halt, so, jetzt mal den Kuchen da reinschmeißen, das hat was Breitmas noch, ich will es eigentlich sortieren, Farben, na egal, so, zack, zack, wo kommen wir die noch eben schnell, so, dann tun wir das Saatholz zurück, Stein und Holz behalten wir erstmal drin, aber wo können wir auch weg tun, wir können es das Ding nicht mehr leisten, hehehe, haben wir jetzt nicht mehr mit Geld, ich gehe jetzt mal eben schnell hier unten gucken, ob die Olle jetzt da ist, wir könnten Slime verkaufen vielleicht, aber die wollten auch 99 Slime haben, stimmt ja, sind ja kleine Raffzähne sind das, oder die Hose kann natürlich auch sein, im Bereich, wo ich meinen Schinkern, ist natürlich auch möglich, aber gut, die Olle ist eh nicht da hier, kann ich ja irgendwie hinter die Hose eben versteckt sein, dass ich hier direkt holen kann, ach man, 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 okay, gut, man hat noch gar keine Energie ausgegeben, auch gut, dann tun wir das jetzt mal, würde ich sagen, alter Fall der Wald, jetzt habe ich die Blaubeer nicht geerntet, ach gut, ich lasse mir Geld, ich lasse mir Geld, dann gehen wir jetzt alles am Arbeiten, gut, dann kommen die Blaubeer noch rein, zack, dann können wir doch wieder ein bisschen Geld rein, auch zu, so, dann nehmen wir jetzt mal die Axt, so, es wird ein Spaß, den kompletten Wald hier zu roden, ach du Kacke, warum sind hier so dicke Bäume plötzlich, vor allem man sieht kaum Wasser, ich fange einfach unten an, wäre doch mal eine Idee, ne, ich glaube, okay, wir holen hier die Wurzel mit weg, und durch die kompletten Bäume weggehauen, wenn sie sehen, na gut, jetzt kann ich immer noch, wenn ich Holz, Holz, Holzfolie habe ich eigentlich in der Hand jetzt, ne, ist natürlich cool, dass der halt jetzt, außerhalb der Map fällt, finde ich natürlich super, wenn der außerhalb der Map fällt, immer der Wald, es blitzt schon wieder, nein, es blitzt schon wieder, es blitzt schon wieder, es blitzt schon wieder, es blitzt schon wieder, hier ist ein Stein, na, zack, der Axt, Baum fällt, immer schön alles einsammeln, Leute, nee, Ali, es wird von dir, und ein Baum fällt, soo, wird schon wieder dunkel, ich kann fast wieder nix sehen, nicey, ich bin zwar nicht nicey, jetzt ist mir schon klar, dass die Axt es nicht kaputt kriegt, jetzt kann ich auch den Baum daneben hauen, aber gut, so, krieg ich das, ich krieg nicht alles eingesammelt, äh, es ist nervig, da fällt jetzt auch wieder raus ins Wasser, doch nicht, ich bin schon überrascht, gut, ich glaube, es sollte aufhören, wir sind erschöpft, wir können ja nicht mehr, nicht eine Schande, so, gut, Steinkohle, Holz, ich glaube, ich muss auch noch ein paar neue Kisten bauen, so, 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 und so, äh, ich frage es nur, wo tue ich die Kiste am besten hin, ich wäre ja hier ganz gut und hier, es ist nämlich kein Licht, wohl, Plan B, so, und so, Fockel, oh, hier kann ich die Fockel ganz schön hängen, okay, so, wir hier noch eine Fockel, so, zack, dann machen wir einfach noch zwei Kisten, und ein bisschen Holz, Crafting, eins, zwei Kisten, zack, und, zack, so, kann ich jetzt Holz reintun, so, dann können wir nämlich hier jetzt mal, so, Holz, Stein Sachen, Holz, 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 Stein, Holz, äh, die Stieleausrüstungstachen auch noch mit, kann ich erst das auch noch mit, die Mütze kann mit, der Müll kann auch weg hier, zack, 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 so, da haben wir nur Mineralien und Bausachen hier, so, dann können wir hier, dann können wir den ganzen Scheiß reinschmeißen, so, dann können wir hier auch noch aussortieren, zwischen, so, das kann ich echt noch mal in der Höfscheine tun, fällt mal auf, so, jetzt auch so, äh, Essen, Fackeln, Essen, Essen, das kann ich noch angebot, obwohl das kann ich auch zu Essen verwandeln, äh, bbbbbbbbbm, so, das kann man eigentlich so lassen, erst mal so, probieren, das sind Sachen, Futter, Futter, so, also, das will ich in ein Silo schmeißen, dann schmeiß ich einfach hier rein, obwohl ich kann ich den nicht auch mitnehmen und, ne, da reinschmeißen, zu den Fackeln, ich muss da direkt Fackeln raus machen, sondern da habe ich nur eben, hier den Mixed Seeds gesehen, manchmal mit der Sternfrucht frage ich mich, so, dann gehen wir hier noch ein, so, zack, oh, ist ja fast schon wieder Zeit, so, habe ich das nicht auch, es spart mir, wörtlich, so, 500 Stausen habe ich fast schon verdient, gut, zack, und schlafen, und Tag 19 haben wir jetzt schon, krasse Sache, und hat die Schatz aufgehört zu regnen, ich war schon, wir müssen halt da mitgießen, also, wenn ich jetzt vorerst nicht die 30, äh, Siebsen ausgelegt habe, so, bei mir habe ich das Gefühl, dass die Peperonis, beziehungsweise die Hot Pepper halt nicht mehr kommen, meistens gefehlt oder meistens nur, vielleicht vermisse ich die gerade hier ein bisschen so, ich habe schon so richtig schnell ernten können, das gefällt mir schon mal sehr gut, jetzt kann ich die dann noch nicht ernten, gut, dann gießen wir auch nochmal, und dann auch nochmal, so, gut, das auch erledigt, so, dann gehen wir, hier verkaufen schon mal den ganzen Kram, zack, ganz ein klarer Datsch, so, dann gehen wir hier rein, das hier mal nun, oh, ich hab's vielleicht auch T2 gesammelt, ach, der gibt mir direkt, wie viel hier fehlen, ach so, okay, auch nice, so, und zwar fehlt uns jetzt immer noch das Geld dafür, so, wir gehen heute einfach mal in die Mine, das habe ich jetzt so beschlossen, lass uns einfach alle stehen und links liegen, wir nehmen die mit, die mit, die mit, so, das sind einfach alle Details in Ruhe, wir machen einfach jetzt unsere Farm gemacht, und wir gehen jetzt einfach nochmal in die Mine, um das nämlich vorankommen, aber wir gehen vorher nochmal bei Ebegele vorbei, sagen Hallo, und kriegen sogar noch einen Auftrag hier, wir wollen hier jetzt mal einen Fisch haben, hab ich das Gefühl, ach ja, ich muss dem noch 20 Ohr, ausbringen, stimmt ja, aber Rainbow Toadcatch, what the fuck, was ist das denn für ein, äh, für ein Fisch, bitteschön, willkommen, 9 Uhr, zack, rein mit uns, äh, also wünschst du dich wieder mal eine Katze, alles klar, alles klar, so, wir haben jetzt alle Leute kennengelernt in meinen inzwischen, so, jetzt mit der Map aus, so, den Wald haben wir immer noch nicht kennengelernt, äh, Spar haben wir jetzt gefunden, okay, so, hier die Mine haben wir gefunden, das wissen wir immer noch nicht, Tlauny Fels, ich weiß nicht, was das mit dem auf sich hat, so, da müssen wir auch noch rein, da müssen wir mal mit Günther halt reden, da müssen wir wahrscheinlich echt alle, Emeralds dem da geben, damit wir da irgendwie was machen können, wahrscheinlich, dass wir dann Heidenaufwand werden, weil, ich weiß nicht, wie tief wir in die Mine dafür rein müssen, um alle, alle Mineralien zu finden, beziehungsweise, wie selten manche Mineralien wahrscheinlich sind, so, dann können wir einfach mal mit, wenn ich den mal nehmen würde, ich bin auch schon ein leister Fall, ich kauf mir echt noch lieber den Rucksack vorher, bevor ich jetzt noch ein weiteres Gebäude baue auf meiner Farm, einfach wirklich immer Platz haben, naja, naja, jetzt war ich gar nicht im Spar dran, egal, wir gehen jetzt hier durch, zack, machen sie eben noch Stufe 30, da hat sich verpuppt, danke mir, oh, der hat jetzt noch weggehauen, nice, erledigt, Drecksvieh, ich hab dich gewaggt, da steht es mir noch so nach, hey, ich hab Kupfer, so, oder halt auch nicht, schade, so, so, Alex Seeds, nice, dass man nicht alles hier findet, nice, oh, da hat sogar die Leiter gedroppt, Rollerleg, nice, wo komm ich denn hier lang, oh, hier, ein ziemlich viel Gegner, 8, 9, what the fuck, was wollen wir denn, für Schaden, krass, 11, 13, what the, okay, dann hochgedrackt, was sind denn diese vier Gegner, ich weiß nicht, wo geschäumt wurde, das gefällt mir nicht so gut, das gefällt mir nicht so gut, dann haben wir auch alle nichts, das sind für eine Höhle hier, frage ich mich gerade, what the fuck, also müssen wir echt hier alle killen, anscheinend brauchen wir 5 Sherry Booms, nice, 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 jetzt haben wir alle gekillt, okay, dann kriegen wir auch die Leiter, hier haben wir Kopfer, oh, hier ist ja die Menge Kopfer, nice, okay, okay, wir haben ja 51 mittags, ich glaub sagen, scheiße, hab ich schon wieder so spät, aber, bin ja relativ früh losgegangen, was ist das denn da für, oh, das ist neu, Topaz, ne, das ist nicht neu, das ist auch schon, das ist Topaz-Ding, so, hallo, darfst du die nochmal dunkeln, dass das ja aussieht, irgendwie, ziemlich schmuckwütig, finde ich, so, erledigt, nice, wir fahren jetzt, haben wir noch einen Platz, haben wir noch, ich muss irgendwo unter irgendeinem Stern, jetzt, das verdammte, die verdammte Leiter finden, nice, na, na, ja, nice, geht hier doch schneller als Nacht, so, ist es, so, nice, wir können Abigail ein Geschenk machen, so, na, da haben wir schon direkt die Leiter, nice, ich, ich gehe mich trotzdem nochmal hier ein bisschen umgucken, da können wir noch was den Koffer, gucken wir mal an Earth Crystal, ich sollte vielleicht was essen, ja, bitte futter was, danke, ich habe euch trotzdem treffen lassen, scheiße, jetzt kommt schon wieder so eine Fliege, stop, zack, so, hier haben wir nix, schade, bin ich in 28, aber bin ich gleich um 29, aber mehr nur, falls hier noch so ein Ding, dass wir runter können, aber wie groß die Mine hier ist, what the fuck, haben wir hier noch was, nein, dann wird den Runtergang zur nächsten Ebene, haben wir ja schon mitgefunden, daher passt das alles, das ist aber leider auch nix mehr, schade, ich dachte vielleicht, wir finden die Genentecker, finden wir noch was, einfach was trotzdem, ich stehe jetzt mit genug, so, runter, okay, jetzt sind wir auch glaube ich voll, die sind jetzt voll, also wollen wir noch was neues finden, haben wir Pech gehabt, kaputt, nice, ah, das getroffen, scheiße, aber egal, wir haben ihn gerackt, easy, und der Rest in meinem schnell was, jawohl, bitte essen, danke, mal komm, ist noch was, wir sind mal großzügig jetzt, kill ihn doch, ja nice, ach du Scheiße, wie viele Mahnen sind denn hier, es war Glück, dass wir den bekommen, er trifft sie einfach, oh, 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 welcher Lack, so, haben wir dann irgendwas, was wir nicht mehr brauchen könnten, von dem habe ich eigentlich relativ viel, weg damit, ich will mal wissen, was das ist, weiße, ange, okay, oh, hier sind es viele Kisten, hey, hallo, das ist das von unten bauen, schniede mit den Gesteinen, nice, okay, sehr viele Steine scheinbar, so, Coal kann ich aufheben, okay, wollen wir hier nochmal was dafür weg tun, da wächst sich das kann weg tun eigentlich, so, sonst, ja, sonst, können wir das behalten, wie ich dann sehe hier, müssen wir noch was weg tun, die Flower, die Flower Power, aber wir können das Feather, wir können das Feather weg, ich heb es direkt wieder auf, nein, du solltest, du schmeißt es halt weg, so, ich will mich das aufheben, danke, so, aber irgendwie, weiter, keine Ahnung, noch ein Wünschen, so, dann haben wir auch erledigt, ist es noch eine bessere Qualität, oder was, ach, das schmeißt wir dann weg, und ich muss mal den weg kommen, so, kann ich jetzt bitte mal die Leiter finden, von da oben komm ich, oder, ja, von da oben komm ich, da oben komm ich, da oben die Leiter, hier gibt es, ich möchte eine Kiste, Alles klar, danke für nix. Na gut, egal. Vielleicht ist es so, dass wir so viel Platz dafür verbrauchen. Ja, ich muss unbedingt ja... Das verstärkt gerade nur meine Entscheidungen dafür, jetzt auf die große Tasche zu sparen. Gehen wir nochmal nachher, komm. Wir brauchen nicht ins Spa gehen. Wir legen uns auf jetzt hin. Ach, jetzt haben wir ja BG ja gar kein Geschenk gemacht. Nee, das hat jetzt auch schon zu. Egal, sie hat schon zu. Sie ist nicht mehr offen für uns, wir dürfen da nicht mal reinlunzen. Alter, verzeig ich da schon wieder. So, so, so. So, dann schauen wir mal hier. Hier kommen wir in Topaz rein, das behalten wir. Das verkaufen wir. Das kommt rein, das kommt rein. Verkaufen wir auch, das kommt da rein. Das kann auch verkaufen. So, die Cave Guard tun wir hier einfach mal mit rein. So, zack. Ah, der hat natürlich sogar schon. Dann hier die Alge, das Zeug. Machen wir fast 99 Stück, weil wir brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Hiervermachten wir 99 Stück, ne? So. Hier noch was sonst drin, ne? Mitnehmen, mitnehmen. So, wir verkaufen das, 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 das. So, hier hatten wir alles gemacht gehabt, ja. Hier geht es mal an Hühnern hier. Das freut sich. Das freut sich auch, wunderbar. Die haben ja auch eine Heizung da stehen sogar im Sommer. Weil ich so nett bin. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal pennen. Mit Katzen kann ich auch noch mal reden. Hallo. Wir werden das Wetter morgen. Oh, ein Sturm. Okay. Kommt morgen. Alles müssen wir morgen nicht machen. Farming. Level 6 haben wir jetzt. Hard Fensch. Oh, cool. Das ist wahrscheinlich die, die da nicht kaputt gehen. Cheese Press. Okay, wir können cheese machen. Und Quality Stick. Oh, die können wir jetzt auch erstellen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.